Und zwar ihr Lieben, wir machen jetzt eine kleine Andacht und danach geht es halt los. Und zwar möchte ich euch direkt zum Anfang was kleine zeigen. Das hier ist ein Flyerchen von der Berlin. In diesem Flyer wird praktisch Menschen, die in einer Notsituation sind, ja einfach gezeigt, was sie für eine Option haben, damit sie halt ja aus ihrer Not halt heraustreten können. Doch wichtig ist, alleine ist es halt immer schwer aus der Not rauszutreten. Ich kann halt nur von mir berichten, als ich damals halt am Boden war, hat mich immer die Situation sehr fertig gemacht. Ich war dann sogar teilweise in der Erregungslosigkeit, sodass ich mich dann nicht mehr bewegen konnte. Und wer mir halt geholfen hat, dass ich halt wieder aus dieser Trägheit rauskomme, das war, oder Agonien, sehr gutes Wort, das war halt Jesus Christus. Und ich möchte euch jetzt einfach mal was aus der Bibel von Jesus Christus halt vorlesen. So. Und zwar für den, den es interessiert, ist es aus aus dem Markus-Evangelium. Und es geht darum, dass halt Jesus Christus wurde halt zum Essen eingeladen. Und ich lese einfach mal vor. So. Huh. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten. Denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern. Warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Und das finde ich hier dran so schön im Markus-Evangelium an diesem Vers. Jesus ist halt für die Kranken gekommen. Für die, die in einer schlechten Situation sind. Denen, denen es halt nicht gut geht. Die, die möglicherweise vielleicht auch schlimme Dinge getan haben. Also wenn ihr halt merkt, dass ihr halt fertig seid, dass ihr krank seid, dass ihr am Boden seid. Es gibt halt einen, an den ihr euch wenden könnt. Und das ist halt Jesus Christus. Er ist derjenige, der euch halt wieder aufbauen kann. Genauso wie er halt auch mich wieder aufgebaut hat. Also ich kann Zeugnis dafür ablegen, wer sich für Jesus Christus entscheidet, der wird halt wieder handlungsfähig. Und, bis einer unter euch, der in einer Notsituation ist und wieder aus einer Notsituation raus möchte, dem würde ich halt gerne diesen Flyer halt mitgeben. Okay. So. Möcht noch jemand? Den allerletzten? Okay. Dann hab ich noch einen auf Heide. Äh, ja. Gleich ist los. Wir werden nochmal zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich danke dir einfach jetzt für das Wetter, was du uns beschert hast. Dass wir jetzt einfach gutes Wetter haben, dass wir nicht frieren, dass es uns halt warm ist, dass wir uns durch die Sonne einfach wärmen lassen können. Und ich bitte dich jetzt einfach, bitte segne das Essen, segne den Austausch, den wir jetzt hier haben. Macht es, wir auf dich halt schauen, macht es in irgendeiner Weise, die Gespräche, sich um dich drehen, dass Menschen dich halt kennenlernen, dass Menschen über dich nachdenken, dass Menschen Errettung finden. Weil du bist einfach der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und macht es, die Menschen dich auch als diesen halt kennenlernen. Steh uns bei und gelobt seist du ewiglich. Amen. Nur ein Tor strebt nach dem schnöden Mammon. Strebe nach dem Weg, der Wahrheit und dem Leben. Die Wahrheit würde dich freimachen. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de